Jo Freunde und herzlich Willkommen zum nächsten Video hier auf FC Fabio und damit zum nächsten Match-Chat-Talk zu unserem Spiel bei Union Berlin, was am Samstag, den 4. März um 15.30 Uhr an der alten Försterei stattfinden wird. Das Stadion wird ausverkauft sein und der FC trifft dort mal wieder einmal mehr auf einzelne Top-Teams der Bundesliga. Und wenn wir über Union und eben einem Top-Team der Liga sprechen, gibt es natürlich einige Punkte, die man dazu sagen kann. Ich habe die eine oder andere Sache rausgesucht und würde sagen, wir schauen uns diese Punkte und Statistiken einmal an. Union und der FC sind die beiden laufstärksten Teams in der Bundesliga. 118 Kilometer pro Spiel wurde hier im Schnitt abgespult. Union ist in der Bundesliga zu Hause noch ungeschlagen in dieser Saison. Dort gab es sieben Siege und drei Remis. Union hat in seiner Bundesliga-Geschichte gegen kein Team eine so gute Bilanz wie gegen Köln. Es gab sechs Siege und ein Remis. Köln gewann in der Bundesliga noch nie gegen Union. Im Hinspiel gab es ein 1-0 für Eisernen Union. Timo Hübers traf in diesem Spiel ins eigene Tor. Der Gesamtmarktwert des Kaders liegt bei 118 Millionen Euro. Die wertvollsten Spieler sind Geraldo Becker mit 15 Millionen und Jordan mit 10 Millionen. Wenn man sich die letzten drei Ergebnisse in der Bundesliga von Union anschaut, gab es einen 2-1 Auswärtssieg bei RB Leipzig, ein 0-0 zu Hause gegen S04 und eine 0-3 Pleite zuletzt auswärts gegen den FC Bayern. Mit 27 Gegentoren stellt Union die zweitbeste Defensive der Liga. Nur Bayern kassierte weniger Gegentore. Und Union tanzt in dieser Saison noch auf allen drei Hochzeiten. Neben dem überragenden Bundesliga-Stand aktuell steht man auch im Achtelfinale der Europa League, wo man auf Union SG aus Belgien treffen wird. Und im Viertelfinale des DFB-Pokals, wo man auswärts auf Eintracht Frankfurt treffen wird. Insgesamt steht Eisernen Union in der Bundesliga mit 43 Punkten auf Rang 3. Ja, und ihr seht es, Freunde, also Union einfach geisteskrank, was die da machen. Werden wir dann im Fazit nochmal ein bisschen genauer nennen und nochmal auf den Punkt bringen. Aber diese ganzen Punkte, denke ich, die haben es auf jeden Fall schon unfassbar in sich und zeigen, wie gut man bei Union arbeitet. Und wenn wir eben darüber sprechen, gute Arbeit bei Union, dann muss man natürlich den Vater des Erfolges nennen. Und das ist Coach Urs Fischer. Der 57-jährige Schweizer ist einfach ein Glücksfall für Eisern Union und spiegelt einfach die unfassbar gute Entwicklung in den letzten Jahren des Klubs wieder. Er holt aus der Truppe das Maximale raus, entwickelt die Spieler unfassbar gut weiter und bringt vor allem Spieler, die woanders gescheitert sind oder eher in der 2. Liga vorher gespielt haben, auf ein gutes bis sehr gutes Bundesliga-Niveau. Und das zeichnet für mich einen sehr guten Trainer aus. Das ist Urs Fischer. Er ist für mich einer der underratedsten Trainer in der Liga und einer der Top-Trainer in der Liga. Und er lässt mit einem 3-5-2 auch modernen Fußball spielen. Auch wenn er vielleicht phasenweise in manchen Spielen vielleicht nicht immer der ansehnlichste Fußball ist, aber es ist auf jeden Fall ein erfolgsersprechender Fußball. Und er macht das Ganze halt seit 2018 jetzt schon. Und das zeigt ja, dass er auch über Strecke eine Mannschaft formen und weiterentwickeln kann. Und das spricht nur für die Qualität, die Urs Fischer als Trainer eben hat. Und wenn wir uns dann seine Spieler anschauen, habe ich mich bei Player2Watch ganz, ganz klar für Geraldo Becker entschieden. Denn der 28-jährige Offensivspieler ist einfach eine Wand. Und ich würde behaupten, er ist bei Union Berlin ein Unterschiedsspieler in der Offensive. Er hat in dieser Saison in allen Wettbewerben 33 Mal gespielt, hat 8 Tore erzielt, 7 Tore vorbereitet. Und ist einfach mit seinem Tempo und seinen Dribblings unfassbar schwer zu stoppen. Er ist ein absoluter Glücksfall für Union gewesen. Und ich glaube, dass es schon sein kann, dass er vielleicht im Sommer nochmal was anderes macht. Sollte es dazu kommen, wird Union aber neben im vergangenen Sommer Avonis, auch für ihn eine sehr hohe zweistellige Millionenablöse kassieren. Wenn man sich mögliche Interessenten anschaut, dann wird hier der FC Everton und Nottingham Forest, wo er eben Avonis hinwechselte, genannt. Was dann für Union eigentlich ein gutes Zeichen ist, weil gerade die Engländer eigentlich immer wesentlich mehr Geld zahlen, als die meisten anderen Klubs. Ich könnte mir allerdings auch einen Verbleib vorstellen. Nur, Gerardo Becker ist halt eben mit seinen 28 Jahren jetzt in einem Alter, wo man dann halt für sich entscheiden muss, bleibe ich bei meinem Verein und werde da sozusagen eine Legende. oder sage ich, ich will nochmal was anderes machen bezüglich eines höher datierten Vertrages oder halt eben der Erfahrung Premier League. Das würde interessant sein, wofür er sich entscheidet. Ich würde es Union wünschen, dass er bleibt. Könnte mir aber wie gesagt vorstellen, dass er da nochmal einen anderen Schritt geht. Und wenn wir anderen Schritt sagen, dann kommen wir zum zweiten Spieler. Denn außerdem zu nennen habe ich mich und es gab viele gute Spieler bei Union, die man hätte nennen können, habe ich mich allerdings für Robin Knoche entschieden. Denn Robin Knoche ist irgendwie so das Paradebeispiel, was ich bei Urs Fischer gesagt habe, dass er bei woanders gescheiterten Spielern oder Spielern, die dort nicht so zur Geltung gekommen sind, bei Union das Krasseste rausholt. Und da ist Robin Knoche das perfekte Beispiel. Denn der 30-jährige Innenverteidiger ist bei Union defensiv der wichtigste Spieler geworden. Er ist aktuell, würde ich sagen, an der Spitze seiner Karriere, am Höhepunkt, er hat in dieser Saison 32 Mal gespielt, dabei 6 Tore erzielt, 1 Assist. Jetzt kann man natürlich sagen, ja, der schießt auch die Elfer, die schießt er aber überragend gut. Und er ist bei Union wirklich zu einem Führungsspieler geworden und ein wirklicher Top-Innenverteidiger in der Bundesliga. Und ich muss sagen, bei Wolfsburg war er halt für mich persönlich eher so ein ewiges Talent und ein Spieler, wo man schon gesehen hat, der hat Anlagen, der ist gut, aber er konnte es bei Wolfsburg nie konstant zeigen oder auch nicht beweisen, was er eigentlich für ein guter Innenverteidiger ist. Auch wenn Wolfsburg sein Zuhause ja ist, hat er damals bei Meine Geschichte was geil gesagt. Coole Doku, könnt ihr euch mal anschauen. Aber er hat es da wirklich nie auf den richtig höchsten Snap gebracht, wie ich finde. Und das hat er jetzt bei Union geschafft. Da hat Urs Fischer wahrscheinlich auch einen riesen Anteil dran. Und die Art und Weise, wie Robin Knoche Fußball gespielt, fällt mir einfach unfassbar. Und deswegen ist der Mann auf jeden Fall für mich dann eben nach Geraldo Becker zu nennen. Wenn wir uns jetzt anschauen, wer bei Union fehlt, das ist eigentlich schnell gesagt. Andras Schäfer wird weiterhin fehlen. Und die beiden Linksverteidiger, nämlich Nico Giesemann und Jérôme Roussillon, sind beide fraglich. Kann aber noch sein, dass sie ins Training einsteigen. Am Freitag, wenn ihr das Video seht und dann doch noch mit nach Köln fahren. Das muss man abwarten. Die beiden fraglich. Schäfer fällt weiter aus. Und wenn wir beim FC auf die Verletztenliste schauen, die ist natürlich wesentlich länger. Aber auch mit ein paar Rückkehrern. Denn weiterhin ausfallen werden die Langzeitverletzten. Nämlich Florian Dietz, Sebastian Andersson, Marc Uth, Jan Thielmann und Rea Zmahic. Und Christian Pedersen. Kingsley Schindler ist noch fraglich. Ist wie bei den beiden von Union. Ist es bei Schindler auch. Könnte sein, dass er Freitag noch ins Training einsteigt. Dann würde er noch dabei sein. Da muss man aber abwarten. Ja, und Dennis Hussein Basic und Matthias Olesen sind wieder Optionen. Die werden wohl dabei sein. Und Dimitros Limnios wird nach seiner langen Verletzung das erste Mal im FC-Kader stehen. Nachdem er ja in der Vorwoche in der U21 aushelfen durfte und konnte. Ja, und wenn wir jetzt ein Fazit ziehen zu dem Spiel. Was erwarte ich? Ich muss ehrlich sagen, ja, FC-Brille hin oder her. Ich gehe von einem klaren Sieg für Union Berlin aus. Nicht nur wegen unseren letzten beiden Auftritten, die sehr bedenklich waren. Sondern auch, weil Union Berlin uns nicht liegt. Und weil Union eben nach einem Remis gegen Schalke und jetzt einer deutlichen Niederlage gegen Bayern. Glaube ich schon zu Hause eine Reaktion zeigen möchte. Und auch wird. Und deswegen, ja, glaube ich, wird der FC da sich sehr, sehr schwer tun. Und ich rechne einfach mal mit nichts. Wenn ich einen Tipp abgeben müsste, der ein oder andere, der wird jetzt vielleicht ein bisschen sauer, wenn ich das sage. Aber mein Tipp ist leider 3-0 für Union Berlin. Auch wenn es die letzten Male knapp war. Ich habe einfach irgendwie nicht so gute Vibes, was das Spiel angeht. Ich rechne, wie gesagt, mit gar nichts. Wenn es dann doch was wird, umso schöner. Dann hebe ich die Hand im Reaction-Video. Aber ich glaube halt, wie gesagt, nicht, dass wir bei Union was holen werden. Ich bin gespannt, was ihr sagt, Freunde. Schreibt mir eure Tipps unten rein. Wie seht ihr Union Berlin? Welche Spieler feiert ihr da? Was sagt ihr zu Urs Fischer? Eure Meinungen sind gefragt. Ich freue mich auf eure Meinungen. Wie gesagt, schreibt einen Kommentar. Würde mich wie immer sehr über einen Daumen nach oben freuen. Über ein Abo, falls ihr neu seid. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns dann beim nächsten Video. Und das ist dann am Samstagabend die Reaction wieder. Euer Fabio ist raus. Haut da rein und ciao.